Ja, wär gut, dann läufst du da hinten beim Feld mal ein bisschen anders Was haben wir denn hier? Dann teile ich mit dir christlich Oh, ich bin wieder unten Bist du wieder christlich? Jaja, dann geh wieder nach unten, tschüss Ah, Zombie, for piss you For piss you Aber die Brains alle sammeln, ne? Droppen bei mir die Brains die normalen Droppen doch nur die Angry Zombies, oder? Nein Die Angry Zombies robben die anderen Brains Ja, die für Faunkraft Ja Oder was Centos vielleicht braucht Ganz normale Rottenflash Das verrottete Fleisch Das Brains von den Angry Zombies musst du Centos geben You need Brains Die normalen Brains jetzt Aber das kannst du nämlich Leder machen Ja Was brauchst du denn nochmal für ein Backpack? Großen Leder Ganz großen Musst du da auch nur Leder? Ne, da brauchst du dieses andere Leder, ne? Okay, Rechtsklick geht anscheinend echt nicht Aber es gab's auch ein Rezept Was ich gesehen hatte auf der Seite, dass du Wenn du ein kleines Backpack hast, dass du den dann mit Die größeren machen kannst Okay Ich mach mal das ganze Zeug von Witchery hier weg Also dein fettes Hab ich da hingesetzt Soll ich denn so Warberry Bushes und so hin machen? Das ist so nicht gut Das Kiste tue ich gleich nachher wieder weg Creeper Hast du Pum? Boah, ist da nichts kaputt gegangen Das war ein Ender Creeper Ja Water Der Skelett Das ist dann ja unter Wasser wieder Water Ja Ein Zombie aufm Pferd Süß Nice Sollen wir erstmal irgendwie ne Turtle bauen, die für uns farmt Deswegen geh ich grad Wester noch holen Bin ich grad nämlich stark dafür Das Pferd springt immer n Ich wurde weggeported Da war's mal wieder Ich wurde weggeported Aaaaaaah Attacke Attacke Und wir tot Fallen Knight Fuck Levy Summys Boah ey, das leckt wenn du wieder respawnst Ja genau Deswegen leckt das bei mir auch die ganze Zeit Ich hab die ganze Zeit respawn Bei mir leckt das nicht Ja es leckt halt wenn du respawnst er habe probleme dafür hab ich ne karotte dafür hab ich dreimal rinderfleisch durch jeden leuchttlaufen und alles ausleuchten hilfe komm nicht an meine sachen dran weil das viel da hinten immer noch steht ich keine waffe hab das ist ein scheiß pferd das auf dem zombie reitet ja und das gleiche ist mit zombie auch gewesen also man hätte wirklich ein descounter einbauen sollen hätte mit der fahrradkette hab ich außerdem auch diesmal gar nicht dran gedacht es wäre interessant geworden das kalt das teil kann aber rennen frag mich grad wo man jetzt in der krippe hin ist ach ja genau hinten im grabstein ich weiß jetzt ja wo mein äquipin ist ja wo bei denisfeld ach bist du gestorben ich hab dich ein bisschen von deinem eingesammelt irgendwie nein hau ab hab ich gesagt ganze zurück ich bin los hast du mein ganzes zurück eingesammelt ich bin los zu meinen grad Ich sage dir, diese Katze ist riesig geworden. Wie kann man denn noch mal die Karte einstellen mit welcher Taste? Toll, die Karotten wollte ich gerade haben. Warte, hä? Ey, die Karotten wollte ich gerade haben und die hast du jetzt eingesammelt, du Arsch. Hey, ich hab gar nichts eingesammelt. Du hast Karotten da. Ah, jetzt. Irgendwas ist hier gerade passiert, ne? Nein, Katze wird wieder groß, geh weg! Auch! Och ne, jetzt ist doch schon wieder ein Skelett. Mist, der Arme. Kacke. Jot. Ich weiß, dass ich gleich eh schon wieder tot bin. Oh, jetzt kommt auch noch ein Zombie. Oh, geht doch mal weg, Leute. Ich will zu lassen. Wieviel ich brauche eine Schwerheit. Hier seid ein bisschen komisch. Ja, ist doch ruhig. Du bist doch nur unter der Erde, also als Maul. Ja. Ist doch schön. Bunker-Kind. Oh, miniature Red Heart, cool. Wait-Points, Web-Map, Category. Haben wir irgendwo Food? Nein! Das ist ja das Problem. Zu mir nach Hause geh ich nicht mehr. Oh, nicht. War doch super bei dir. MTF, Alter. MTF, Alter. Deathcounter-MLG. Du bist wieder EU-Wist. Ich will jetzt nicht sagen, was mein Getränk hier angestellt hat, ne? Aber der Schaum sieht aus wie, äh, ja, ein Geschlechtsmerkmal. Hast du reingewichst, oder was? Mh, hm. Sulfree. He he. Sein Schaum sieht aus wie'n Penis. Ah, Zucchinis. Oh, Zucchinis. Ah, Zucchinis. Aber es ist kalt. Hm? Bäh. Potatoes! AUA! Hä? Ich hab schon wieder den Endershock Schaden bekommen! Cool, ich nehm dich nicht! Obwohl der Quýper direkt vor mir explodiert ist. Hör doch auf! Ich glaub, weil du kriegst das auch nicht. Ja Lenny, krieg ich mal meine Quýper wieder. aber ich habe es auch nicht bekommen ja ist ein schwert mein freund habe meine sache wieder so wir gehen jetzt zusammen gegen die op katze vor ich komme mit ich zeige euch mal wie das geht welche katze denn ich bin gleich tot ich will sagen der mensch alter ein skelett doch danke ja muss man die schlucht zu bauen die weg weg was ist das was was bei witsch wie rauskommt er ist das nicht so ein piech von harry potter die teile hier rumsteig ja alle rum sind das alle rum alle rumen lenny krieg ich mal mein zeug wieder danke sonst würde ich gleich töten mir selber holen ich hatte ganz normale stein equip also stein habe ich genug kinder stein habe ich genug da braucht ihr nicht durchscheren aber lenny ist immer ganz schön frech ja ich dachte schon muss ich töte ihn gleich hier ist doch genug stein drin meine kinder kinder es kommt einfach zur kiste meine kinder ich werde euch jetzt jeden zwei spitzhacken eine schaufel eine axt und zwei schwerte reinlegen habe ich alles das kriegt jetzt jeder von euch in die kiste die skillet btf kriegt das auch zwei schwerteil eine axt eine schaufel und zwei spitzhacken zenders kriegt das auch schwer eine schaufel und zwei spitzhacken und axt hast du jetzt schon redstone fläche nein ich musste hochkommen weil ich keine normalen spitzhacken ach ja meine güte was für ein chaos eben ist geordnetes chaos botania äh du stripmeinst oder äh ja die karte ist nur ein bisschen nervig weil das ding nicht hoch genug ist also ich sehe die koordinaten nicht richtig sind bei mir voll mini shop robior bei mir sind die eigentlich relativ groß bei mir sind selbst wenn ich auf die sachen guck ganz schön ein kleines ding und ich habe keine ahnung wie ich das größer mache äh vielleicht einfach die gui-größe hoch stellen ja dann ist das bei mir viel zu nah ich mag das nicht so groß achst du die gui-größe auf ganz klein gestellt oder wie äh nein die äh die x also die koordinaten sind total mickrig ich habe die gui-größe auf normal stehen ok ja ich auch also ich weiß nicht ob das sonst noch beeinflusst ob die eine eigene gui-einstellung hat oder ne wie öffnet man die karte so wach Mensch wie war denn der befehl denn da ähm brauch man eisenspitzhacken lenny bau das ruby und das emerald dann von mir ist das eh das ist alles